Hallo, hier ist Kunderlatscha, ich habe einen Opernintervorschlag, Diego Lussi 14, auf der Map Stadt, Pistole und Scharfschützengewehr. Das Problem, es kann sein, dass ich erst etwa bei 13 oder 14 das Scharfschützengewehr bekomme, das ist mir schon zweimal passiert, da habe ich wieder abgebrochen. Ich weiss nicht, ob ihr 14 Wellen sehen wollt, ohne Scharfschützengewehr. Ah, das brennt, hey. Okidoki, 7-4, nicht gerade viel. Eins ist klar, aber ich habe das geklärt, aber wenn es sonst noch Leute sind, bei einem Live-Kommentary spielt man und man schwafelt irgendetwas zusammen. Und das mache ich gerade eben. Ich kann nicht irgendein Thema... Boah, irgendein Thema durchdiskutieren. Da muss man schon vorbereitet sein, ein Kommentary zu machen. Darum, ja, wird es immer ums Gameplay sein. Sogar Pro-Spieler haben ihre Probleme. Wie bitte noch nicht zu hören, aufzuheben. Hey, mach mal zu hier. Zu spielen, zu spielen, zu fällen, zu wollen, zu fahren, zu fahren und zu fahren. Und dabei, auch nicht schlecht auszusehen im Gameplay. Hey, wo ist der? Ich höre ihn, ah dort Ich höre sie halt Ich gehe dort drüben Ich möchte gerne, dass sie dort hinten sparen Hier Komm sparen hier, komm Mache hier und wieder mal ein Commentary Wenn zu mir irgendetwas geht Ah, die sind gefährlich Ah, ich kann sich da anders lösen, leider Ups, noch einer Ah, nicht ganz eine Runde, aber so ziemlich Bis ich den Jugger habe Den Jugger muss ich unbedingt fischen Uuuuhh Uuuuhh Wart 7, 5, ah ich komme so weit, ich bin so weit, ich bin so weiiiit Yes, baby Okay Okay Wo ist das Ding? Ah, dort hinten Ah, ich gehe ihn trotzdem holen Gibt etwas Punkte Komm, hey spring, hey spring, baby spring Boah, das ist nicht gut Ja, das explodiert nicht mal, gehts noch Warum denn? Warum denn? Ah, gib mir etwas anständiges Ja, super Ja, super Ja, ja, ja Komm, lade das Ding. Oh, Bombe. Wie nice. Komm da. Gib mir. Okay, das kann ich gebrauchen. Zwar noch kein Scharschützengewehr, aber ist ja egal. Ja, das ist tödlicher. Oh, nice. La Bamba, die Luna. Jetzt kannst du mir was Anständiges geben. Nein, nicht das. Auch nicht das. Und das auch nicht. Das auch nicht. Oh, mein Gott. Ah, muss gehen. Oh, mein Gott. Oh. Das habe ich hier noch. Ah, ja. 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 Jetzt habe ich gedacht, der Bodensaur ist noch hier. Ja, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, kannst du mir immer noch das Scharschützengewehr geben? Ah, ich habe genau die Zeit, die ich brauche und es gibt sie nicht. Ja, nur was soll's, he? Leider, Leider, Leider. Nichts kommt. Wie die Töne. Ich komme mir vor, als wären sie Spielzeug. Bekomme ich nicht zweimal oder irgendetwas, was man hier gebrauchen kann? Es sind nur noch zwei. Die werden mich nerven. So. Oh. Das ist noch eine Bodensäure. Shit. Komm, gib mir es mal. Mach mich nicht fertig. Ja, nein. Komm, komm, komm. Go, 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 go. Shit. Ja, nun. 9. Kein Scharfschützengewehr. Bei 13 sollte ich eins haben. Spätestens. Spätestens. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss nur treffen. Entschuldigung. Ja. 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 Ah, das nützt nichts. Komm, gib mir bitte ein Scharfschützengewehr. Nicht. Noch einer. Ich bin schon auf 10 und bekomme nichts. Ja! Ja! Ich wollte mich schon aufregen. Bei 10, so super. Ich hätte schlechter ausgehen können. Yes, Baby. Oh, no, Baby. Tschüss. Uh, uh. Ich muss da zuerst ein bisschen schauen, wo was alles kommt. Da. So. Uh. Uh. Ich muss mich zuerst einwärmen. Es geht einfach brutal lange, bis sie anlässt. Nachlässt. Oh. Woh. 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 Bräckchen. Nein, bis der nachlädt. Oh, schön. Was liegen gelassen? Nicht? Hm. Okay. Weiter geht's im Text. Ja, schrei nicht so dumm. Komm, 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 komm. Oh. Du musst erst noch ein bisschen üben hier. Oh, das geht eine halbe Stunde. Oh, das ist doch mal ein bisschen üben hier. Oh, das geht eine halbe Stunde. Oh, das ist doch nicht der stopped. Oh, das geht. Oh, das ist doch nicht so dumm. Oh, das geht. Hey, cool. Oh, das geht. Let's go, das geht. Oh, das geht. Oh, das geht. Oh, meinst du nicht. Oh, das geht. Ja, 4000, sehr schön. Okay. Ups, was war das? Geht's noch? Oh! Uah! Ich muss ein paar Anzeigen haben. Sonst habe ich keine Uni mehr. Okay, 14. Wunderprächtig. So, punch das Zeug. So. So, ich muss ein paar Anzeigen haben. So, ich muss ein paar Anzeigen haben. Willkommen sie auch noch runter? AHHHHH! Okay. Okay, weiter. Darf es nicht mehr als vier Schüsse abgeben? Denk ich mir mal. Okay, dann laden wir einmal nah. Oh, der ist mir ein bisschen zu nah. Oh, oh. Uh, jetzt hatte ich Glück. Okay. So. So. Dann geht das lange. So. 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 Okay, gehen wir nach oben. So. 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 Okay, nicht so lange hier etwas Dummes herumwatschen, weil da kommen sie, ja, 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 ich weiss, ich weiss, ich weiss. Wieso gibt es nichts? Oh, es nervt. Oh, ja, jetzt, jetzt hat er was getroppt. Ah, nur das, schade. Mann, keine Muni. Keine Doppelpunkte, keine Muni. Hm, ich bin arm, hey. Äh, ich denke ich muss, ich muss etwas warten. Ah ja, gerade so. Okay. Ich muss da ein bisschen auf den Span erwarten. Oh, da kommen viele. Okay. Okay. Uh oh. Okay, kein Spawn mehr schütze ich. Ah, finito Spawn. Ich habe keine Money mehr. Was mache ich? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielen Dank.